Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer erzwungenermaßen meinem Auffallname von... Warum hab ich keine Skills mehr? Warum hab ich keine Skills mehr? Tolles Spiel, das will ich auch spielen. Ah, jetzt hab ich sie wieder. Okay. Der andere Krieg im Norden. Ich hatte... Mein PC ist abgestürzt. Ja? Ja. Ich dachte, du hast Connection verloren, ach du Scheiße. Mein PC ist abgestürzt. Und währenddessen hab ich den Troll versteinert, den ihr hier seht. Und B-Larab. Boah, Junge, guck mal in die Texturen von B-Larab rein, die sind so ekelhaft, ey. Wenn du dich reinstehst und mit der Kamera in den hineingehst, guck dir mal die Augen von innen an, ey. Guck mal, jetzt gar nichts. Und die Zunge. Ist das keine Texturen von innen? Welches Level bist du da jetzt eigentlich, Rob? Acht, achteinhalb. Ja, ich jetzt auch, weil ich hab auch Erfahrung jetzt verloren. Ja, ich muss den Bergwahl alleine besiegen, ich konnte ja nichts machen, mein Gott. Ist egal. Der Troll steht hier, gut. Jetzt müssen wir... Ja, der wartet auch auf unsere Rückkehr, so wie Bela-Rahm. Okay, wollen wir weiter. Eieieiei, diese Katastrophe, äh, das ist eine reine Katastrophe, aber egal, es soll weitergehen. Wir wollen immer weitermachen. Ich bin aus dem Spiel runtergeflogen und dann konnte ich gar nichts machen, also... Was, ob ich dir grad am Verrecken war. Oh, okay. Aber beim Blick hab ich den Troll versteinert, ist schon mal gut. Ja, du bist wie so eine Cassiopeia, wie hießen die nochmal, die... Nicht Hydra... Moment, ah, ich hab... Ich hab mir dann vergessen. Wie hießen die nochmal, die Schlangenfrauen? Keine Ahnung, Cassiopeia kenn ich jetzt nur von... Ja, nee, egal. Ich komm gleich drauf. So, nächster Lade wird schon der 20 Sekunden dauern, ey. Hoffentlich nicht. Oh, wie hieß denn die nochmal? Oh, Mann! Oh, wir sind... So, hier kannst du verkaufen. Ah, zum Glück. Gucken wir erst, ob du ein gutes Schwärzchen hast. Ein-Handschwert. Verkaufen. Hat er keine Zweihandschwärte? Wie es aussieht nicht, ne? Mann, ich muss mein Dings machen. Du kannst dich ja wieder zurück nach Pre-Teleportieren. Ich glaube, diesmal bist du sogar... Standst du dann sogar in der, ähm... Zittertelle hier. Das würde mich überraschen, wenn du das tun würdest. Nein, jetzt hab ich das falsch verkauft. Was? Du kannst... Kannst du das nicht wieder zurückkaufen? Ja, doch, mach ich jetzt. Ah, okay, wollte grad sagen. So, Helm des Bewaffneten. Was ist das denn? Oh, der ist noch besser als mein anderer. Hm, strange, wie ich aussehe. Scheiße, irgendwie, aber egal. Also, wir könnten hier weiter nach oben. Ja, warte, ich muss erst mal meinen... 27, 25... Mhm. Dein 27... Rüstung 3... So, 27... Und... Rüstung 27, gut. Jetzt kommst du dann genauso an mit, äh, die ganze Zeit. Ja... 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 Ja, soll ich jetzt nach Breeds zurückkehren, damit ich meine Waffe schmieden kann? Wenn du willst, ja. Ich denke mal, der wird uns nicht wieder rausschmeißen, dass wir jetzt vorne irgendwie voneinander getrennt sind. Hoffen wir. Das würde mich zumindest sehr überraschen. Ich kann mir dann gucken, ob ich dann vielleicht noch Pfeile hier besorgen kann. Weil ich hab keine mehr. Ich hab gerade alle beim Berg-Troll verschossen. Ich muss echt mal gucken, dass ich meine Kapazität erhöhe. Machst aus dem Berg-Troll immer ein Nadelnkissen, hab ich das Gefühl. Ja, wie bei dem letzten. So. Ich will mit Bush... Bushi... Ich benötige Reparaturen. Oder ich hab diese Reliquien gefunden. Ich habe diese Materialien in den Ruinen des alten Königreichs gefunden. Ich glaube, daraus könnte man eine prächtige Waffe herstellen. So, repariert. Und mit Bushi. Ich will nochmal mit Bushi reden. Was kann ich für dich tun? Ich habe diese Reliquien gefunden. Ich bin nicht der Richtige für sowas. Vielleicht solltest du lieber einen Elben- oder Zwergenschmied fragen. Du bist scheiße, mein Freund. So. Äh. Ach nee, kann ich repariert werden? Kann repariert werden. Will ich erstmal gucken, dass ich wieder alles repariert kriege und dass es mir nicht wieder schrott geht, wie jetzt gerade eben. Achso, huch. Bringt ja gar nichts. Hä? So. Alles ist repariert. Gut, der Menschenschmied ist zu doof, meine Waffe zu verbessern. Äh, du kannst das doch selber machen, oder? Also, wenn du jetzt einen Waffenslot hast, kannst du da die Steine auch selber reintun, oder? Und die zum Beispiel benutzen. Ach, ich kann das doch selber. Warum sagt mir das keiner? Ja, ich weiß nicht. Das kann ich jetzt aber nur auf meine Kopfbedeckung machen. Ja, wenn du da als einziges Dings hast, ähm, einen Slot, dann kannst du es nur darauf tun. Es kommt immer darauf an, ob die Waffen oder sowas einen Slot haben. Achso. Na gut. So, können wir weiter wieder nach Fernost? Oder ich glaube, wir haben jetzt inzwischen schon ein neues Gebiet. So, wir beten mal, dass es jetzt klappt. Okay, wir müssen wieder nach Fernost. Hierhin reisen. Sind schon Kapitel 1, irgendwie Dings... Äh, 18. Krass. Schon heavy. 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 So, zum Zitterdelle. Ja, ihr wartet. Sehr gut. Ja, gut. Wir sind zusammen. Seid vorsichtig, wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Ach, Moment. Ach, nee, doch nicht. Ich dachte erst, da war ein Haufen gewesen. Was? Ein Haufen? Ja, zum Looten. Was sonst? Da hatten wir doch auch, als wir auf dem Platz standen vor der Zitterdelle. Ach, du gehst rechts, ich geh links. Bestimmt ist links so eine zerstörbare Wand und rechts so eine Waldläufer-Spur. Gut, dann gucke ich jetzt nochmal links. Hier ist nichts. Nee, war nichts. Schade. Wobei, kann man das Ding... Schade, wäre auch zu schön gewesen. Ich habe lange nichts mehr gefunden. Ich habe bestimmt drei, vier Dinger bestimmt übersehen. Läuft bei dir. Weil so lange kann man auch nichts finden. Ja, eigentlich haben sie es relativ oft verteilt, ne? So, Moment. Oh. Geht aus wie eine Buzzarena. Ich laufe, ich laufe. Rutsche, rutsche, rutsche. Rutsche, rutsche, rutsche. Rutsche, rutsche. Oh, oh. Tartzog, was ist da draußen los? Nichts. Wie viele? Nicht viele, aber sie haben ihre Erdbehalt. Jetzt wird unsere Anwesenheit hier entdeckt werden. Ist das das Beste, wozu ihr Gesindel in der Lage seid? Jep. Sie müssen große Krieger sein. Elben mit Blut an ihren Händen. Oder welche von diesen dreckigen Tart? Ich kenne Arzog, aber Tartzog kenne ich mich. Vielleicht ist es ja auch ein Schreibfehler. Bei dem Spiel weiß man ja nie so recht. Ruft meine Wache und zwar schnell. Sagst du, er ist Agenda und dann sagst du, er ist nochmal wiederholen. Im Raum. Jetzt laufen die hier lang. Oh, psch, psch. Komm, Gangster. Komm, komm, komm. Komm mal mit. Ich geh. Hauptsache, wo ist der fette Zwerg? Ach, da ist er ja. Tötet die Eindringlinge! Schließt doch das Tor. Vielen Dank. So. Muuu. Wartet, wir helfen euch. Ja, tu das. Ja, die können doch Pfeile schießen. Weiter, wir kümmern uns um seine Wachen. Easy. Easy peasy. Läuft bei uns. Oh Mann, ich hab keine Wunny. Das hab ich vergessen mir zu holen. Verdammt. Oh, Tarts auch. Der ist mir jetzt zurückgeportet. Wie kannst du gegenstehen? Der aufnehmen, dein Inventar ist voll? Ich brauch doch Pfeile! Moment. Inventar ist voll? Es ist voll. Goddammit. Warum ist das voll? Okay, ich muss gleich mal gucken. Oh, der dreht sich. Und gibt seinen Teammates allen einen Buff. Machen wir aus dem Nagelkissen. Fast tot, Alter. Mist. Hm. Wo ist Bela ram, wenn man den nicht mehr braucht? Äh, willst du, dass er in ein Gebäude reinfliegt? Der 3MG ist. Achso, und dann sollte die Wand zerstören, oder wie? Hallo. Boah, ich brauch meine Healings, da. Boah, stirbt doch, Alter! Der schlägt seine Verbündeten, der Idiot. Oh, ich bin fast tot. Hm. Nicht nur die Verbündeten schlägt der. Bei jedem Bossfall verblieh ich so viele Lebenspunkte. Boah! Boah, das war blocken im letzten Moment. Legendäres Abtrang, Junge. Uh. Healing. Boah, Mist, das war daneben geschlagen. Musst ja, klar. Boah, ich muss gleich gucken, dass ich so scheißverfickten... Mist loswerde, dass ich endlich mal wieder schießen kann. Ich brauch Pfeile. Aber momentan ist ja mein Elementar voll. Aha, Spasti. Aua! Aha, Spasti. Wow, 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 da konnte ich nicht mehr dodgen. Wo ist die... Dumme, danke, sie hält mich. Wo ist die Dumme? Bam, na, hat er richtig einen Schlag abbekommen. Voll in die Fräse. Voll in die Fräsen. In Slowmotion springe ich ihm hinterher und haue ihn die ganze Zeit in den Rücken rein. Ja, geht doch. Bam, Koop-Schlag, das hat er verdient. Aua. Mist, wie hat er mich denn damit erwischt? Egal. Einfach dranbleiben. Oh, Mann! Er ist so gut wie down. Okay, er ist tot. So, jetzt noch seine Schergen töten. Warum machen wir die nicht einfach zu unseren Schergen? Wie willst du es uns verwandeln, ne? Das zeig ich dir. Ja, ich seh's. Guck dir zu. Meine Armut ist hier grad am Rumschwasten. Ja, und ich seh schon, der wird gleich zu unserem Verbündeten. Warte mal, ich muss einmal Scheiß aus meinem Inventar entfernen, weil... Ich muss Scheiß aus meinem Inventar entfernen? Ja, du kriegst jetzt... Oh, die Scheiße sitzt aber tief bei dir, ne? Ja, aber richtig. Das ist richtig kratzend, ey. So, jetzt muss ich noch die restlichen Pfeile hier aufnehmen, die ich finde. Warte, hier noch ein paar Sachen zerstören. Münzen, Blame. Alles noch zerstören, Münzen. Wer braucht schon Münzen, mein Gott? So, Pfeile. Wunderbar, ich muss echt meine Kapazität im Köscher erhöhen. Momentan geht's gar nicht. Mit 40 kann ich... Vielleicht zwei Kämpfe oder so weit. Und noch ein paar Gegner. So. Wie lange geht die Folge jetzt? Ähm, 10 ungefähr. Ich müsste jetzt essen gehen gleich. Also jetzt eigentlich schon. Achso, ja, okay, nee. Nee, ich glaube, sie dauert so 12, 13 Minuten von mir. Das kannst du jetzt gerne machen. Gut, wir haben den Talsog. Talsog. Sieg. Ja. Und ich bin kurz vor Level 9. Okay. Und ich auch. Du hast dich überholt, weil mein PC abgeschissen ist. Ja, mein Müschen brennt. Lass mich in Ruhe. Gut. Ich bin jetzt schon essen. Ja, genau. Guten Appetit, ne? Wünscht euch das auch. Ja, danke. Ich hoffe, wir nehmen danach. Da können wir nochmal was aufnehmen, ein bisschen. Ja, wäre gut, ne? Ich meine, wir... Diese Aufnahme ist ja echt gequält von Unterbrechung und Pech und Abstürzen und so'n Scheiß. Bevor wir die Folge noch ein Gigabyte größer machen, sag ich jetzt einfach mal. Tschüss. Ja, wir wissen ja, acht Gigabyte... Äh, acht Sekunden, 500 Megabyte. Ja, genau. Also in dem Sinne, ciao. Oh. Das war's.